3, 2, 1... Auf jeden Fall war ich dann letztens in diesem Laden und dann kam dieser komische Typ und der meinte Leute... Zähl mal dasselbe. Der hat dann auf jeden Fall... Und der hat irgendwas gelabert von... Und dann war ich da hinten bei diesem komischen Ding und auf jeden Fall Die Zeit... Manchmal spielen wir da drum, wenn da jetzt eine Rolle ist, die jetzt keiner machen will Wie zum Beispiel jetzt eine Frau mit Perücke Ist natürlich abig Dann spielen wir drum, wer das machen muss Wir spielen jetzt... Es gibt drei Plätze Der Gewinner macht Kamera Der zweite Gewinner ist Der Typ in der Szene Also auch nicht schlimm Und der Verlierer muss diese Frau spielen Mit der Perücke Der Gewinner macht Kamera Also ich krieg kann das nicht Los 3, 2, 1... Oh! Oh! Ich hab schon mal das Beste Gib mal her! Wer hat die Ehre die Frau heute zu werden? Ist es der Djanguli oder der Gigi? Jetzt muss man ganz gut überlegen Verlierer macht jetzt Frau, ne? Stopp! Bamm! Alter Kacke! Okay! Ich glaub ich weiß was Jengis nicht nimmt Ich flüster es kurz hier rein Okay Schauen wir mal ob sich das normal hält 3, 2, 1... Oh! 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 Wo ist die Perücke? Oh! Die Fresse machst du? Oh! Ist das am niedrigen Ding? Ich, dann, du, er! was ich dachte oh mein gott was soll das war ich kann schon mal jemanden ich muss erst mal wieder den garten gießen ja ich weiß was du meinst warum kann man da nicht ernst bleiben ja ich muss das machen gar kein bock gar kein bock gleich ist dieses geburtstagspartner ich habe überhaupt keinen bocken zu schminken ich sage immer ich glaube wenn ich irgendwas ich mag ja ich kenne ich mache noch mal ich gebe dir noch mal eine volle ok boah ich hab noch niemanden gefangen 3 jahre bin er 3 jahre bin der und